Herzlich Willkommen in unserem Hotel The Pants in Innsbruck in der American Park District. Ich zeige Ihnen heute eine Eigenkreation, den Rotten Pig. Bestehend aus Hendrix Gin, Triple Sack, Columna Serum, Lime Juice, Gemettensaft und Cranberry Saft und frischen Ingwer. Nun geben wir den Ingwer ins Glas und leicht durchlaufen. Danach 1 TL Limettensaft, 1,5 TL Light Juice, 1 TL Blumna Serum, 2 TL Limpel Sack, 3 TL Happy Chicken, und 3 TL Cranberry Saft. Nun geben wir alles mit Eis aus. 4 TL Limpel Sack. Dasteigendesät 5 TL! 4 TL Steigendesät 5 TL 3 Limpel Sack. 5 TL? Und dann sehen wir es. Ich trage es direkt. Und so. Und guck mir die an. Zum Schluss noch die Garton noch. Eine Salatbülle. Zwei Räume. Freut mich, unsere Eingrätzer. Der hoten Pilch. Freuen wir uns, in Zukunft an unser American-Partner mit Flore für Güsse zu dürfen. Einer blancmessch. Bisher hat sich nur denprit mit Florent. Und dann rüber relacionat sich auch mit Florent. Und dann rüber lohnen wir uns. Und dann werden wir uns, in Zukunft an unser Lauf ein. Und dann werden wir uns. Und dann werden wir uns, in Zukunft an unsere Eingrätzer. Und dann werden wir uns. Und dann wird es gut sein. Untertitelung des ZDF, 2020